Willkommen zurück zu einer neuen Folge Super Mario Maker 2 1 Subscriber Level per Day. Duncan Mole Nuts von Sintara. Cave Level with Donuts and Moles. 7 erfolgreich von 68 Versuchen gab es, 10,29% ist die Abschlussrate. Klassisches themenbezogenes New Super Mario Bros. U-Level. Also eigentlich das übliche von ihr. Ich hoffe, ihr habt Spaß bei dem Video und deswegen wünsche ich euch jetzt viel Spaß bei diesem Video. Duncan Mole Nuts. Okay. Ah. Okay. Wow. Oh no! Bin richtig schön runtergeslidet, oder? Tschüss. Na, da muss ich unten lang sprengen. Nödes Ding. Hast du ein Glück? Feuerblume, Checkpoint. Bei ihr sehen die Level immer so, ich sag jetzt mal, durchdacht aus und alles, das ist immer sch... Alter, Droh, was machst du? Einen Maulwurf ausweichen, das mache ich. Okay. Okay. Feuerblume, danke. Ach komm. Damage Boost. Nein, 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 nein. Nein. Oh, ich hätte da vorne an der Ecke stehen können. Idiot. Tschüss, Monty. Zack. Der hier braucht ein bisschen lange, muss ich sagen. Dafür, dass es auch nur zwei sind. Alter, du dreckst Maulwurf. Waren es vorhin nicht zwei und jetzt sind es drei? Hä? Äh. Wenn mir wieder Fehler passiert, ne? Möchte man ja mal so ganz immer erwähnen. Er kommt zurück. Er kommt zurück. Schnell. Lauf. Guck mal, der Maulwurf greift mich an. Ach so, okay. Er kam die Treppe hoch. Ich habe es genau gesehen. Ach, komm. Ach. Okay. Tadadam. Ich muss eigentlich echt nicht mehr viel sagen, außer sie weiß, wie man Level macht. Nein. Aber ich weiß nicht, wie man über das Ziel rüberspringt. Ah. Ah. Schön. Kopf gestoßen. Ja. Was soll ich sagen? Sentara. Nehmt euch ein Beispiel dran. Oder Flex D. Oder? Das sind wirklich gute Levelerbauer dabei. Ich sage danke, bis zum nächsten Mal. Und ich bin euer Tor. Haut rein. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.